Ganz kurz möchten wir mal das Essen unterbrechen und Sie herzlich begrüßen zu unserer Abendveranstaltung. Ist ja eine Geburtstagsparty, aber kein Kindergeburtstag. Sehen Sie daran, dass ich ein Sektglas in der Hand halte. Und als wir heute hier reingekommen sind, haben wir uns total gewundert, was Magic Life aus diesem Raum gemacht hat. Und ich glaube, sowohl dem Hotelmanager, Herrn Jeanette Kourou, als auch Herrn Zümpel und dem ganzen Team von Magic Life können wir dafür mal so einen tosenden Beifall spenden und ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Heute haben wir von Herrn Kuhlmann gelernt, dass man mit den Geburtstagskindern Reise nach Jerusalem spielt und Topf schlagen und sowas. Und ein paar Geburtstagskinder sind ja da und die bitten wir jetzt zu uns. Das sind die Gründungsmitglieder. Einmal der Herr Dieter Bachmann.